Die Teile sind so geil scharf, du wirst direkt zum Hürden. Mäh, äh, äh. Mmh, who the fuck is Hot Wings? Ein viel zu kleines Gefäß mit Buttermilch füllen. Das Ganze ordentlich salzen, pfeffern und verrühren. Die Drumsticks in die Buttermilch legen, bis alles überquillt, weil man eigentlich schon die ganze Zeit geahnt hat, dass die Drecksschale einfach zu klein sein wird und man jetzt nicht nur unnötig eine zweite Schale, sondern auch noch die halbe Küche eingesaut hat. Aber wie sagt man so schön, wo gehobelt wird, wird gehobelt. In eine große Schale haut ihr 200 Gramm Mehl, 20 Gramm Knoblauchpulver, 20 Gramm Zwiebelpulver und 15 Gramm Chilipulver. Verrühren und die Drumsticks daran wälzen. Wichtig, die Panade richtig gut andrücken. Jetzt wiederholen wir das Ganze. Ab ins Buttermilchbad und nochmal ins Mehl drücken. Je nach Dicke 12 bis 15 Minuten frittieren. Perfekte Kerntemperatur sind 76 Grad. Franks Red Hot Buffalo Sauce. Winner, winner, Chicken Dinner. Bruder. Uh.